Nochmal das Beispiel 9, diesmal komplett mit GeoGebra. Was mache ich? Ich gebe alle fünf Geraden ein oder zumindest muss ich sie so weit eingeben, bis ich zwei identische gefunden habe. Die Eingabe ist ganz genauso, wie es hier steht. Ich muss nur wissen, dass dieser Gerade Strich ein Beistrich ist. Also auch hier Klammer minus 9 bei Strich 6 mal Klammer XY ist gleich Klammer minus 9 bei Strich 6 mal Klammer 4 bei Strich 6. Und auch hier Groß X ist gleich Klammer und so weiter. Ich gebe alles eigentlich praktisch so ein, wie es hier steht. Die erste Gerade habe ich ja schon gezeichnet vorher. Und jetzt, das ist die zweite Gerade, wenn ich Sie in GeoGebra eingebe. Das ist die dritte Gerade, hier könnte ich schon aufhören, weil die ist identisch mit der ersten, wie man sofort sieht. Das wäre die vierte und das wäre die fünfte. Und das war es auch schon. Fertig.